Als Nervenkitzel stellte sich das Stapeln von Betonblöcken heraus. Es galt, drei Betonblöcke mit dem Tieflöffel eines New Holland E215 aufzunehmen und als Turm übereinander zu positionieren. Die Fahrer mussten im Rennen gegen die Stoppuhr volle Konzentration beweisen, denn der kleinste Fehler konnte hier das Aus bedeuten. Das war einfach Pech. Ich möchte nicht einmal sagen, dass heute die Nerven waren, das war einfach Pech. Was war deine Zeit? 47, glaube ich. 47, ist ja Hammer. Warst du nervös? Nervös, guck mal, ist er noch am Zitter. Da ist es nicht so einfach, dass man gerade da zack, zack mescht. Und gerade meistens eben richtig aufgeregt. Deswegen schwarzer Frieden. Also ich denke, die Mannschaft steht zur Zeit sehr, sehr gut da bei den letzten vier Jungen, die wir gemacht haben. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv